Hey Freunde, damit kommen wir zu legendären Dr. Sloan Woche 12 Herausforderung Phase 5 von 6 Platziere Scanner in der Alien-Umgebung Wir brauchen insgesamt zwei Stück Wie ihr hier auf der Karte seht, sind die lilanen Flächen, die Alien-Umgebung Ich zeige euch kurz, wo ihr das am schnellsten erledigt Dazu macht das am besten hier um Pleasant Park Zack, erstmal hier landen Eine Waffel-Looten-Fix Denn hier kam einer mit runter Okay, da steht der AFK rum Kurz erledigen, tipptopp So, und wie ihr hier vorne seht, schimmert das auch schon blau Zack, rangehen, interagieren Zack, damit hätten wir eins von zwei Von hier aus laufen wir dann einfach weiter So, genau da oben müssen wir Laufen wir hier kurz über den Berg Und dann sehen wir da vorne auch schon die lila Fläche Dort angekommen, laufen wir hier einfach hoch Und haben hier den zweiten Scanner Wieder rangehen, interagieren, zack Und damit hätten wir die Herausforderung auch schon abgeschlossen Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip Ciao Ciao